Die Globe-Kugellampen oder als besonders flexible Bodenleuchten. Flexibel deswegen, weil Sie die Lampe mit dem Erdspieß einfach überall in den Boden stecken können. Ein 1 Meter langes Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten. Ist Ihnen das nicht flexibel genug? Dann bestellen Sie doch einfach das passende Solarmodul mit dazu. Das Element wird einfach in die E27-Fassung gesteckt. Natürlich können Sie in die E27-Fassung alle passenden Leuchtmittelschrauben. Zum Beispiel hier die RGB-LED mit Fernbedienung. Besonders praktisch. Durch die 15 Meter lange Zuleitung können die Leuchten überall ohne großen Aufwand aufgebaut werden. Interessant für Sie sind vielleicht auch noch die Verbindungsboxen, mit denen Sie mehrere Globe-Leuchten über eine Zuleitung betreiben können. Abwechslungsreiche Aufbauten sind durch die verschiedenen Leuchtengrößen von 30, 40 oder 50 Zentimetern Durchmesser garantiert. Werden Sie kreativ und lassen Sie Ihre gestalterischen Fantasie freien Lauf. Die Globe-Serie von Esluce gibt Ihnen alle Freiheiten für eine gekonnte Lichtarchitektur. Die Gäste von Esluce